So Leute, ich dachte ich versuch's mal und ich brauch irgendwie einen Pokémon-tastischen Hintergrund. Und da hab ich ein Bild von jemandem genommen. Und wie in dem Video angekündigt, werde ich... Ich hoffe ich krieg das irgendwie hin mit der Kamera. Das ist meine Handy-Kamera. Äh, Platin, Schwarz-Weiß, Königliche Siege und Unerschrocken öffnen. Und ich hoffe die Kamera fokussiert und schafft das alles. Als erstes öffne ich glaube ich den Platin-Booster. Ich hab leider nicht so viel Ahnung, wie das funktioniert mit... Mit... Boah, ich hab schon ewig... Ja okay, stimmt nicht, ewig nicht, aber boah, das fühlt sich so... Ach, an. Los, geh auf. Ach, fuck. Ich weiß jetzt nicht, wie die... Ach, wenn das kein Zeichen ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Also jetzt mal ohne Scheiß. Direkt ein Pikachu. Hier. Boah, das fokussiert sogar, voll geil. Okay, ich glaube, das war so von hinten. Eins, zwei, drei. Dann, ich weiß nicht, ob es hier Rare und Reverse gibt und dann so. Bin mir unsicher. Ich hoffe, ich krieg das ungefähr hin. Also. Mein Pikapika. Hier lang. So. Erste Aufnahme hält. Man darf ein bisschen failen. Winkal. Mein Nassknit-Breaker. Fritzelblitz. Naja. Oh, guck mal, wie... Oh, okay, damit müsst ihr jetzt Dingens, ne? Damit müsst ihr jetzt leben, weil ich, äh... Ich bin's und, ja. Professor-Eichs-Besuch. Trainerkarte. Hm. Energie-Wiederherstellung. Georock. Ne Reptain. Reverse. Ist normal. Alter. Tangolos. Level X. Oder Level X. Ey, meine Mama. Ja. Hat meine Mama ausgesucht. Wie geil. Direkt eine Level X-Karte. Oder Level X. Ja, könnt ihr euch aussuchen. Cool. Und ja, jetzt kommt schon... Jetzt kommt schon ein Krankenwagen. Geil. Boah. Direkt erstes... Boah, das war Schicksal. Pikachu unten. Boah. Okay. Dann als nächstes... Oh. Hier. Schwarz und Weiß. Boah. Boah. Wie geil. Glück. Booster mit... Oh, Mama. Du musst immer meine Booster kaufen. Du bringst Glück. Komm schon. Ich will ein paar Booster so behalten. Wisst ihr? Aber die sind immer schwer zu öffnen, finde ich. Äh. Ach Gott. Wieder ein Elektro-Pokémon. Ah, Blitzel. Okay. Das mache ich hier nicht. So. Eins. Eins. Zwei. Drei. Round Reverse. Nach hinten. Krass, ey. Okay. Hier. Elle Silber. Da kann man auch mal die Namen lernen. Flicknull. Yorclef. Pikulente. Klick. Evo Serb. Oh, cool. Sieht schön aus. Navitaub. Streepholi. Oh, Iro Cakes. Und es ist eine Rare. Das sieht man. Äh. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall ist hier so ein Stern da ganz unten. Und daran sieht man, ob es eine Rare ist. Und ein Dresseler. Ja, nach der Level X-Karte kann ich nicht mehr kann. Level X. Level X. Aber zwei Rares. Voll geil. Boah, hab Glück. Okay. Tango los. Muss ich gleich gut wegtun. Als nächstes Schwarz-Weiß-Königliche Siegel. Mein Lieblingspack kommt zum Schluss. Das, äh, unerschrocken Boosterpack. Äh. Oh, nice. Kontisthaven. Ein bisschen. Äh. Oh, Milzer. Okay. Und. I give away this on my blog, man. Also, die werde ich behalten, weil ich spiele das auch online. Und eins, zwei, drei. Rare und Reverse nach hinten. Das ist einmal ein süßes Milzer. Ein Ignivor. Okay, wusste gar nicht, dass es so heißt. Ein Makabaja. Makabaja, ich weiß. Noch eins. Pü-Grau-Lon. Okay. Frigometri. Eine super Angel. Oh, cool. Ein Grill-Cheetah. Schild. Äh. Oh. Cool. Cobalium Rare Rebirth. Sternchen. Cool. Und. Ein Megalon. Ja. Zwei Rares. Das ist jetzt eigentlich ganz cool, ne? Hab eigentlich Glück. Oh, Mama. Hab dich lieb. So. Und mein Lieblingspack zum Fluss. Beziehungsweise halt. Ja. Und guck mal was. Man kriegt schon echt einen Haufen zusammen, ne? Wenn man nur so vier Packs kauft. Das ist schon krass. Aber okay. Egal. Ich laber zu viel. Aber ich möchte noch so ein bisschen was Persönliches halten. In diesen. Ach, Mann. Peck Openings. Also ich weiß nicht. Ach, Mann. Den wollte ich eng behalten. Aber das ist ein schlechtes Zeichen. Direkt ein Kickli. Das kann nichts Gutes bedeuten. Kugi. Na, okay. Eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, ob es hier auch Rare und Reverse und so gibt. Da hab ich keine Ahnung. So. Oh, 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 oh. Ich hab... Oh, oh. Es glitzert da. Oh mein Gott. Okay, okay. Kickli. Driftlon. Iron Mike. Nok-Chan. Vadribi. Oh, ihr seht's auch. Ne? Voll geil. Oh, das ist süß. Evoli. Zwinkert. Pensil. Togetic. Ne Energie. Oh. Und ein Hundemontreim. Ist das cool. Okay, ich hab's verkackt. Und ein Meter groß. Ne, doch nicht. Boah, wie geil. Take a look at that. Ohoho. Ne. Voll cool. Oh mein Gott. Okay, das soll... Das ist ein Zeichen. Sayo, fang wieder an zu sammeln. Ja. Boah, wie cool. Also... Da hab ich ja jetzt echt Glück gehabt, ne? Mit. Wartet. Äh. Wo ist es? Hier. Vier Peaks. Nice. Mama, ich hab dich ganz doll lieb. Muss ich ihr gleich direkt zeigen. Mama, guck, was du mir gekauft hast. Das Bild hat auch nochmal hier von LP Pokémon... The LP Pokémon... LP... Wie auch mal. Hat mir ganz viele Bilder gemalt. Ich hab hier auch noch ein paar an meiner Pinnwand hängen. Voll lieb. Und ja. Danke fürs Zugucken. Ähm. Ich weiß noch nicht, ob ich auf diese Videos Werbung schalten werde. Auch wenn sie so kurz sind. Ähm. Ich überleg mir das noch und... Okay. Huh. Muss aufpassen. Min Condition. Danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Und äh...